Herzlich Willkommen auf dem Betrieb der Familie Ecker Knechtl in St. Georgen an der Stiefing in der schönen Südsteiermark. Wir sind ein Familienbetrieb, wir bewirtschaften Hockerbau, haben Mastschweine und nebenbei haben wir die Direktvermarktung. Wir haben jetzt den Verkaufsraum neu gebaut mit Verarbeitung und einem 24-Stunden-Automaten. Wir bauen auf unserem Betrieb Körnermais, Hirse, Soja, Wintergerste, Kürbis, Qualitätsrocken und Qualitätsweizen an. In der Direktvermarktung lege ich sehr viel Wert auf eine gute Fleischqualität. Die Fleischqualität beginnt mit einer guten Fütterung auf dem Betrieb. Deswegen ist mir die Schmackhaftigkeit und die Gesundheit des Futters am Betrieb sehr wichtig. Wir bauen seit Jahren Mais- und Hirsesorten von R.A.G.D. an und wir sind sehr zufrieden damit. Mir gefällt an den Sorten sehr gut die Gesundheit, das ist mir das Wichtigste, die Standfestigkeit und natürlich der Trog. Wir kämpfen in der Region sehr stark mit einer Johnson-Gross-Vorankratung und da kann R.A.G.D. mit den Duosorten eine sehr tolle Lösung anbieten.